Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Wie von einigen gewünscht möchte ich euch in diesem Video mal ein paar meiner Meinung nach recht nützliche Tipps und Tricks zum Sony Xperia Z2 zeigen. Wie immer richtet sich dieses Video natürlich eher an Neueinsteiger, aber eventuell ist ja auch für den ein oder anderen Sony Fan was Neues mit dabei. Viel Spaß beim Zuschauen, los geht's! Eine Frage, die ich eigentlich echt sehr häufig gestellt bekomme, ist immer mal wieder, wie macht man einen Screenshot? Da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, aber die einfachste meiner Meinung nach beim Sony Xperia Z2 ist einfach den Volume Down, also den Laser Button und den Power Button gemeinsam zu drücken und schon wird hier ein Screenshot aufgenommen. Ihr könnt raufgehen in die Benachrichtigungsleiste, seht das Ganze hier, einmal draufklicken, dann habt ihr natürlich normalerweise schon eingestellt, mit welcher App das Ganze geöffnet werden soll. Klickt hier drauf und schon wird der Screenshot eben geöffnet. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Wie gesagt, man muss es aber eben wissen. Ähnlich wie auch schon LG oder Nokia hat nun auch Sony das Double Tap to Wake Feature implementiert. Was kann man sich darunter vorstellen? Man tippt einfach zweimal auf das Display, wenn das direkt gesperrt ist. Es wacht quasi auf und ihr könnt es direkt entsperren. Sperren kann man es dann ab Werk direkt nicht mehr, aber das ist definitiv ein nützliches Feature. Der Punkt ist aber, dass das Ganze ab Werk eben nicht aktiviert ist. Ich habe es in meinem Review schon gezeigt, dieses Feature, aber ich habe euch noch nicht gezeigt, wo ihr das Ganze aktiviert. Dafür geht ihr einfach in die Einstellungen, dann ganz einfach zum Punkt Display, scrollt hier ganz runter und seht zum Aufwecken tippen. Hier muss man den Haken machen und dann ist das Ganze auch aktiviert. Wie gesagt, wenn ihr euch das Xperia Z2 neu kauft, dann ist es zumindest bei mir so gewesen, dass das Ganze nicht aktiviert war. Man muss es also im Nachhinein erstmal aktivieren. Das nächste meiner Meinung nach geniale Feature habe ich auch schon in meinem Review gezeigt, aber ich möchte hier nochmal etwas spezieller, etwas genauer drauf eingehen, weil ich es eben einfach sehr, sehr gut finde. Dafür gehen wir nochmal in die Einstellungen, wieder unter den Punkt Display und finden hier dann die Option Weißabgleich. Was kann man sich darunter jetzt vorstellen? Nun, Sony bietet euch ab Werk die Möglichkeit, euer Display zu kalibrieren und zwar nicht nur mit irgendwelchen voreingestellten Modi, wie das zum Beispiel bei Samsung oder einigen anderen Herstellern auch der Fall ist, sondern ihr habt hier tatsächlich die Möglichkeit, die vereinzelten Parameter selber einzustellen. Ab Werk ist hier natürlich alles, sind alle Werte für Rot-Grün-Blau auf 0 gestellt. Ich habe den Wert für Blau dann von 0 auf 30 gestellt, weil ich das einfach relativ gerne mag. Wenn der Weißwert etwas ins Bläuliche abdriftet, ist in meiner Nachhinein einfach besser etwas realistischer. Ab Werk ist er definitiv etwas zu warm eingestellt, aber das muss eh jeder für sich selbst entscheiden. Wie gesagt, da könnt ihr ja mal rumspielen und einfach schauen, was gefällt mir persönlich am besten. Das Schöne ist aber eben, dass Sony eine solche Option mitliefert. Das ist nicht selbstverständlich und da könnt ihr dann eben das Display eurem eigenen Geschmack nach anpassen. Wie gesagt, einfach mit den Parametern rumspielen. Selbst wenn ihr relativ wenig Ahnung davon habt, einfach könnt ihr das ja mal austesten, um zu schauen, wann gefällt es euch und dann eben so stehen lassen. Wenn ihr sagt, oh jetzt habe ich aber ziemlich einen Unsinn da zusammen gemacht und habe das Ganze auch schon mit fertig bestätigt, dann klickt ihr einfach hier oben drauf, einmal auf Standardwerte und das Ganze wird eben wieder zurückgesetzt oder ihr schiebt einfach alle Regler auf 0. Weiter geht es wieder mit einem Thema der Personalisierung und zwar, ich habe euch im Review schon gezeigt, ihr habt die Möglichkeit natürlich hier das Hintergrundbild anzupassen. Da sind auch sehr viele schöne Hintergrundbilder dabei, aber das ist natürlich noch nicht alles. Wir tippen etwas länger auf einen freien Bereich oder gehen in den Einstellungen einfach auf Personalisieren und dann seht ihr hier schon den Punkt Designs Themes, nennt es wie ihr wollt. Ab Werk sind hier diese verschiedenen eingestellt, Ab Werk ist eher auch aktiviert, ihr könnt aber zum Beispiel Sunnywellen anwenden und das Ganze wird eben aktiviert. Ihr habt nicht nur einen anderen Hintergrund, sondern auch bei vielen Punkten im System wurde dann die Farbe angepasst, ähnlich wie man das auch schon von HTC kennt. Da habe ich das im Tipps und Tricks Video ja auch schon erwähnt. Das war aber noch nicht alles, ihr habt hier oben rechts auch noch einen Plus-Button und dann wird es erst richtig interessant. Wenn ihr da drauf klickt, gelangt ihr eben zu Sony Select und seht, es gibt noch viele, viele weitere solcher Themes, zum Beispiel das Xperia Spider-Man Themes und nenne ich das Ganze jetzt einfach mal. Aber wenn ihr hier runter scrollt, seht ihr, es gibt noch viel, 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 viel mehr mit den absurdesten Themen. Irgendwie kann man sich alle mal anschauen, dann eben herunterladen und einstellen. Ist meiner Meinung nach ziemlich cool, dass Sony das mit anbietet. Damit ist man nicht der erste Hersteller, der sowas anbietet, aber es ist definitiv ganz nett. Zu guter Letzt möchte ich euch noch ein kleines verstecktes Testmenü zeigen. So nenne ich das Ganze jetzt einfach mal. Wie aktiviert ihr das? Ihr geht in den Dialer und tippt eben hier diese Kombination ein. Könnt ihr das Video ja kurz pausieren und euch das Ganze abtippen. Und zu guter Letzt fehlt dann noch ganz normal ein Sternchen. Und dann startet dieses Menü auch schon automatisch. Kennt man so ähnlich auch von vielen anderen Smartphones, aber das gibt es eben auch für Sony Smartphones. Sieht doch relativ interessant aus. Was kann man hier jetzt machen? Ihr könnt zum Beispiel unter Service Info gehen und euch nochmal genau die Modellbezeichnung von eurem Smartphone anzeigen lassen. Oder Dinge wie Firmware Version und so weiter. Das findet man aber auch in den normalen Android Einstellungen. Das war aber noch nicht alles. Vor allem interessant sind die Service Tests. Da könnt ihr einfach schauen, ob ganz normale rudimentäre Funktionen eures Smartphones oder einfach die Hardware, ob die problemlos funktioniert. Ganz gut demonstrieren kann man das unter dem Punkt Display zum Beispiel. Dann seht ihr schon mal ein weißes Bild. Könnt schauen, wie ist der weißwert. Oder hier grau oder schwarz, rot und so weiter. Und ihr könnt vor allem auch schauen, hat mein Gerät einen Pixelfehler? Dafür ist das Ganze relativ praktisch. Wie gesagt, wenn ihr fertig seid, einfach zurückgehen und euch das Ganze anschauen. Display war aber noch nicht alles. Es gibt hier Touchscreen zum Beispiel, wie ihr hier sehen könnt. Verschiedenste Möglichkeiten. Mikrofon, Kopfhörer, die Lautsprecher, Speaker, Kamera und so weiter und so fort. Also hier kann man wirklich nahezu alles testen. Ihr seht, jetzt startet eben die Kamera und ihr seht, die Kamera funktioniert. WLAN, NFC und so weiter. Also wenn ihr mal irgendwie den Verdacht habt, WLAN funktioniert nicht. Oder mein Display hat vielleicht einen Pixelfehler und so weiter. Dann startet dieses Menü, checkt das Ganze durch und ihr werdet jetzt sehen, ob bei eurem Gerät alles passt oder eben nicht. Ja Leute, das waren ein paar meiner Meinung nach recht nützliche Tipps und Tricks zum Sony Xperia Z2. Ich hoffe natürlich wie immer das Video hat euch gefallen. Bedanke mich in diesem Sinne auch fürs Zuschauen und sage natürlich Ciao, bis zum nächsten Mal.